Guten Tag. Ich stehe hier auf dem Kudamm in Berlin und will im Auftrag eines bedeutenden Deutschen Meinungsforschungsinstitutes jemanden fragen, was er vom neuen GFK-Spiel von Johannes Henn hält. Hallo, 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 Sie da, Sie da, können Sie mal eben bitte kommen? Ja, ja. Oh, ich möchte Sie mal eben etwas fragen. Was halten Sie vom neuen GFK-Spiel von Johannes Henn? Oh, gut, dass Sie mich fragen. Oh, Mann, 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 Mann. Wozu man als Wolf hier jetzt schon herhalten muss? Jetzt hat er sogar schon ein Spiel mit uns gemacht, ja. Wolfskontakt. Wolfskontakt nennt er das, genau. Ein Spiel, wo wir den anderen, den euch, den Giraffen, auf dem Feld begegnen. Fürchterlich, fürchterlich. Na ja, ein Vorteil hat's ja. Wenn die so beim Spielen ein bisschen geübt haben, dann kann ich denen echt alles sagen, ja. Und, 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 und Spaß machen tut sogar auch, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.